Salve, cittadini di Roma! Genießt diesen prächtigen Anblick! Katharina Sforza, die Hure von Forli! Endlich kriecht sie zu Kreuze! Ha! Niemand kniet tiefer als Lucrezia Borgia! Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide! Vielleicht sogar gleichzeitig! Ciudia Borgia! Niemand beleidigt die Borgia! Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet! Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein! Eure Zeit wird kommen! Ich schwöre es! Sie werden sie foltern! Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo! Katharina ist eine mächtige Verbündete! Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen! Vielleicht! Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo! Burgsteiger! In der Engelsburg einen Dringer und Rodrigo und Cesare eliminieren! Volle Synchronisation nicht entdecken lassen! Wir werden es versuchen, Nicolo! Wir werden es versuchen! Chill mal dein Leben! So, hier laufen wir dann vorbei und werden wir überhaupt nicht entdeckt! Ja, hier ist auf jeden Fall eine Glypha, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt kriege oder später eventuell! Okay, ich denke, das wird unser erstes Ziel sein! So, hätten wir die auch cool und cool! Leise eliminiert! Ah, wir könnten die durchsuchen einfach mal kurz schnell! Das bringt eigentlich immer was! Und den hier haben wir ja voll cool, Alter, weggemorscht! Wo ist denn der? Ach, da! Vergesst den Papst, die untersteht nur mir! Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt! Rom darf nicht wanken! Und damit keiner von euch! Und il Vaticano! Diese Bande alter Männer! Spielt ihr Spiel mit! Schon bald brauchen wir sie nicht mehr! Er überlässt uns Roma! Sie ist in guten Händen! Ja, ja! Also auch Intrigen untereinander schon! Muss mal kurz einen Schluck trinken, sonst huste ich gleich noch! Tut mir leid, falls ihr das jetzt gehört habt, das ist leider unvermeidlich! Bisschen Kratzen im Hals im Moment, also ein bisschen scheiße! So, mein Freund! So, wir müssen da lang, also gehen wir auch da lang! So, mein Freund! So, mein Freund! Ich muss da lang, also ein paar Mal! So, mein Freund! What the fuck? Hoch hier! Okay! So war das nicht geplant! Aber egal! Wir sind noch im Game! Wir sind noch im Game! Nein. Gott, bin ich schlecht, ey. Ich bin so schlecht, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Weil ihr seht's ja eigentlich. Also müsst ihr's doch eigentlich wissen. So. So, mein Freund, jetzt komm mal her. Sehr schön. Medizin haben wir eine bekommen. Sehr schön. So, können wir jetzt hochklettern. Und zwar die Engelsburg. Die City ist ja jetzt nicht gerade in so einem geilsten Zustand, den sie ja mal gehabt hat. Ich will gerade, ob ich aufnehme. Denn ich bin immer ein bisschen ängstlich jetzt in letzter Zeit wegen, zum Beispiel wegen dem Aufgenommenen. Was ich, äh, was ich nachkommentieren musste. Ja, es läuft also alles noch. Bin ich eigentlich ganz glücklich drüber. Dass, äh, wenigstens läuft. Und, ähm, ja. Denn das, äh, hab ich mir ein bisschen Angst vor, dass es dann wieder abschmiert. Oder dass es halt meine Tonaufnahme abschmiert. Weil das noch das geringeste Übel ist eigentlich. Oh Gott, ich bin so schlecht, Alter. Das ist mir noch nie passiert. Ja. Okay, okay. Ne, das, das lass ich nicht neu starten, bitte, ja. Also, mal ganz ehrlich. Das kann doch nicht sein. Alter, jetzt wird, jetzt wird mir auch ganz warm und so, Alter. Es kann doch nicht wahr sein, Mann. So schlecht bin ich doch gar nicht, äh. Also, so schlecht bin ich doch wirklich nicht. Also, bisher war ja mein Skill halt in diesem, in dieser Aufnahmesession ja relativ gut, oder? Ja, nochmal ganz von neu. Engelsburg infiltrieren. Oh, ich wette jetzt auch nicht. Nein. Egal. So. So, und, äh, wird das wieder alles schneller gemacht. Ähm. No. No. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal ganz ehrlich, ich will das jetzt packen und zwar richtig packen, ja. Nicht einfach mal nur so, oh Gott, ich bin so badass-Licht. So, jetzt kommen wir mal her, mein Freund. Moment. Das kann nicht wahr sein. Ey, also, genau, also das ist doch wirklich eine machbare Sache und die habe ich auch immer bis zum bisschen Punkt. Alter, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das ist so eine Sache, die kann ich nicht akzeptieren, weißt du? Das ist, oh Gott. Vielleicht, wenn er hier vorbeikommt, dann ist mir jetzt so egal, weißt du? Ist mir einfach so egal. Oh, mich das aufregt, ey. Ist mir jetzt so egal, weißt du? Der Behinder hat einen Scheißtypen, Alter, ey, Wichsköpfe, ey, ja. Das Cluster, was mir angezeigt wurde, ist nicht hier, ne? Ne. Meine Fresse. Ey, wieso kriege ich denn hier keine... Ah, Gott sei Dank, ey. Vergesst den Papst, die untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Er überlässt uns Roma. Sie ist in guten Händen. Ah! So. Ich merke mich Gott sei Dank ja gar nicht. So, Gott sei Dank kommt der jetzt auch direkt. So, Gott sei Dank. So, bis jetzt hat er ganz gut geklappt jetzt. So, jetzt einfach nur noch hoch. Okay, jetzt gucke ich kurz noch auf die Aufnahme. Ist alles am, alles geil. Ich will's hoffen. Ja, super. So, ich gehe mal hoch. So, jetzt hoch hier. Ja. Cesare. Lucrezia. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunehmen. Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin.